Leute, ich schaue mich um und blicke in eure Gesichter. Gesichter, die eine Geschichte erzählen. Aber welche Geschichte? Die Antwort liegt nicht auf dem Platz, sondern bei euch. Auch bei dir. Also bitte, geht da raus und bitte macht es zu eurer Ehen. Bitte lebt eure Fußballtradition. Füllt die Kühlschränke mit Getränken und die Herzen mit Hoffnung. Feiert den Fußball in den Farben, die euch am besten stehen. Fragt auf Hochzeiten nach einem Fernseher, weil ihr eurem Team Treue geschworen habt, in guten wie in schlechten Zeiten. Bitte geht allein in die Kneipen und verlasst sie als Brüder und Schwestern. Bitte zeigt allen, dass die lauteste Kurve ein Gartentor hat und bitte bringt mit der Kraft eurer Stimme das Land zum Beben. Tränkt die Tresen und Tribünen mit euren Freudentränen und singt dann zu Hause erschöpft, aber glücklich zum Einschlafen ein sanftes Schalalala. Bitte, lasst uns feiern, was uns zusammenbringt. Bitte ein Bit. Bitte. 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 Bitte.